Wow, heute ist Sonntag, Gary. Und was gibt's zum Frühstück? Sehr richtig. Einen Eisbecher. Hoppla, es ist ja gar kein Eis mehr da. Da muss ich mir wohl anders behelfen. Ketchup. Hm, Bananen, Kirschen, öde. Haha, schon besser, Zwiebeln. Alles klar, Gary? Miau. Jetzt fehlt nur noch eins. Erdnüsse. Hör mal, unser Erdnussglas ist fast leer. Hm, Moment. Ich weiß, wo wir Erdnüsse herkriegen können. Schön, wenn man eine Erdnusspflanze über der Toilette hat. Ein bisschen Konsistenz schadet nie. Na, sieht doch gut aus. Ein super leckerer Eisbecher. Willst du nicht mitessen, Gary? Gary? Na ja, dann gibt's mehr für mich. Ja. 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 Du kennst doch den Song I'm easy like Sunday morning.